Ich bin Bereichsleiter im Bereich ESS, also Embedded Systems and Sensors Technology. Ich kannte viele Leute schon und so, das hat es ziemlich erleichtert. Ich war eigentlich sehr angenehm überrascht, wie freundlich hier am FZI man auch so aufgenommen worden ist als völlig Fremder, weil viele andere Bereichsleiter sind ja Eigengewächse, die am FZI schon verschiedene Positionen durchlaufen haben. Ich kam ja direkt von außen rein und man musste natürlich sehr viele Strukturen kennenlernen, sehr viele Abläufe des FZI, also in etwa ähnlich bürokratisch wie das KIT, möchte ich sagen. Das sind alles so Dinge, wo man natürlich erstmal wissen muss, wie es läuft. Man muss die entsprechenden Personen kennenlernen und so, aber es hat auch sehr viel Freude gemacht, muss ich zugeben. Und ja, also die zwei Monate gingen auch überraschend schnell rum, muss ich dazu sagen. Also die größte Herausforderung war einfach, die ganzen Namen sich zu merken. Ich habe ja ungefähr 30 Leute plus minus, das ist ja so viel wie heute eine Schulklasse ungefähr, aber die hat man halt jeden Morgen vor sich und ich sehe ja nicht alle Leute gleich oft. Und ich hatte halt wirklich mir vorgenommen, möglichst schnell alle Namen auch zu kennen. Und dann natürlich auch dieses Wissen, dass man möglichst schnell ein möglichst umfassendes Wissen über all die Abläufe und Strukturen hier am FZI sich aufbauen sollte. Und also ja, ich hoffe, es hat halbwegs geklappt. Es gibt natürlich so Standardabläufe und es gibt viele Gremien, in denen man teilnimmt. Was weiß ich, das Management Board oder eben Arbeitskreise und die Mitarbeiterbesprechungen und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ein Tag dem anderen gleichen würde. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut auch. Das ist eigentlich schnell gesagt, das FZI ist eine Einrichtung, in der, glaube ich, eine sehr gute Stimmung herrscht bei vielen Leuten. Also es ist ein sehr angenehmes Arbeitsklima auf der einen Seite und es ist halt auch nicht so ein Riesentanker wie jetzt zum Beispiel eine große Universität. Und ich glaube, dass das FZI halt einfach sehr gute Randbedingungen stellt, um hier forschen zu können. Es ist einigermaßen übersichtlich noch, man kennt sich nach einer Weile und man hat eine sehr gute Betreuung, glaube ich, auch durch die Professoren, die ja diese Direktorenfunktion wahrnehmen. Und ja, es sind halt auch sehr spannende Themen, die das FZI verfolgt. Also diese ganzen Fragestellungen, sei es jetzt mit Gesundheitstechnik oder eben Datensicherheit oder Automotive-Themen und so weiter, das sind ja alles Dinge, die auch wirklich relevant sind. Und man hat da also sicher auch als junger Wissenschaftler den Eindruck, an bedeutenden oder wichtigen Fragestellungen mitzuarbeiten einerseits und natürlich andererseits auch in einem guten Umfeld seine Themen verfolgen zu können. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Mix.